Mahn wie auch die Jumping Yonks League ja reiste komplett aus das hätte eine gute Gelegenheit geben können aber jetzt ist der Ball weg o o den Mann kannst du nicht aufhalten Real Madrid ist das war sehr gut ja ne jetzt geht's die Ecke für Real Alter Jens Bieter Morsele hier vorne aus der Zeitung Ok Ruckel Momentum, Momentum ist eingeschaltet Pass auf Konterto Ja, Ruckelbläde jetzt oder was? Ja, das geht gar nicht hier Fiefer in der Hals Das ist echt nicht Buh Ja Jo Aufstieg Rau ist Rau ist Ja, ist rot Hä Momentum Momentum hat eingeschaltet Momentum hat eingeschaltet Was war das jetzt bei Moselle? Wieso hat's jetzt Moselle umgehalten? Hm Ob das nicht abseits war Ja Das war Eigentum Wir räumen Gibt's denn? Na was? Mach keinen Scheiß also Ja Morata Alter Ey Das war aber sowas von Road Ja Das war das von Ramos oder was? Hehehe Hehehe Schatz, du steuerst gerade bei mir Hä? Wieso hat's Wieso hat's Ja bei mir war gerade ähm Ich weiß eh nicht Hehehe Bei mir war jetzt gerade wie wenn ich hier die Xbox Taste ausschalten und so im ganzen Rot stand jetzt gerade bei mir da Hehehe Gistes mal Da geht er runter另 eine neue Admeer Bleibt gekommen Weg das ist ein Schons Mae Jürtt Jürg Jürg Haben wir jetzt noch den Fertsch Ciola? Jürgi Jürg Scheiß Rodrigues, Alter. Nur die Kackfrasse, ey. Mann, Mann, Mann. Jo. Den echt hätte er reingemacht. Mit dem Guck. Und klar. Das gibt es nicht, wenn der mal bei mir so halten würde. Deine Hörscher mal wieder doppelt. Aber die Hörscher mich auch doppelt. Schön. Ich weiß, wer es ist, weil... Jo. Jo. Ich höre mich nämlich nicht mehr doppelt. Boah. So muss das sein. Also ich bin auf jeden Fall dafür, dass Madrid gewinnt. Oh. Da gibt's nichts. Und Romas hat vor uns zurückgekriegt. Da war dein Ball nie im Spiel, Alter. Leck meine Nüsse, ey. Das gibt's nicht. Nüschen. Schmerz, ey. Wo tritt ich, komm. Du schießt gut. Antoine Griezmann, mach ein auf Gorilla, aber... Jo. Morata. Was ist... Und... Und... mehr auf den Sack, ey. Ja, Marcelo. Ah, dein Ding. Ja, perfekt an die kleine Zähne geschossen. Kannst du ver... Ja. Ja, komm. Perfekt geblockt. Wenn hier kein Momentum ist, aber... Werden sie es wohl schaffen. Einen Titel zu verteidigen. Das wär krass, da wird sie dann der erste Trainer, der es geschafft hat, ne? Ja. Ja. Jawoll! Stell dir mal, ja, er jubelt. Ein schönes Spielsfinale, wenn er zukommen sollte. Oh. Aber der Gegner spielt mit und geht hier selbst. Auf jeden. Was hat er denn? Worte hier. Tja, ey. Ach, Mann. Aber ich vermute beinahe, es wird Juve machen. Weil Juve ist so Angstgegnung von Real. Und die sind so stark zur Zeit. Geht ja gar nicht. Das ist ein Abwehr. Higuain, Dybala, alle. Selbst Khedira, wie das ich gemacht hatte. Ja, aber hast du gehört von hier... Mbappe? Mbappe? Ja. hinlegen wollen müssen sie geld auf jeden fall bevor sie sind machen wie mit lewandowski das ist so ein ablässefrei geld und wieder es ist alles gut und wieder das ist ja also bis jetzt Berriol noch weiter wir haben keine Grundrein stets jetzt so ja die Barriol noch ein Leben Prozent das ist Jakob Lerbe durch die Saison das ist alles möglich jetzt ins Bursen Löhne über uns geht ja es gibt Vorteil ist klar und bloß gelb okay ich würde gerne die Wiederholung sehen wie neu der am Ball war und Momentum ist wieder eingeschalten Oh Marcelo der Pass hätte zu Ronaldo gehen müssen da wäre das Tor gewesen treffend mit linie schießen sie geht fast immer neu hier muss das sein ja ja Oh! Kasias! Echt geil, Mensch! Gabi, du------ wie! Ach nee, schießen doch den... Oh, seit'n aus nicht der Ecke, du Lappen! Mann, was ist das für eine Scheiße? Ja, Marcelo, was machst du, du Hirnschen, Alter? Oh. Und? Nein, das gibt's nicht. Ja. Nein. Ich krieg das nicht hin, den Abstauber zu machen, das kannst du vergessen. Ja, 100 Prozent, was gewöte, Alter. Alter. So, Marcelo. Oh ja, guck dir's an, ey. Die Dreckser. Das ist die Ecke für real. Ich such da, wenn er achte, ich will Gott sei Dank, aber das gibt's nicht. Das ist die Ecke für real. Aber nicht besonders gut verteidigt, und so viel zu tun. Sie waren unter Druck, aber selbst hier selbst in dieser Partie. Das hatte sich nicht abgezeichnet. Vielleicht war der Gegner dann einen Moment doch nicht auf der Klasse. Oh, Mann. Nein. Nein, Marcelo. das ist derby alter das ist derby alter Momentum an, Momentum a, oder was? Wie viel an? Sau? Jawoll, Alter. Momentum ist an. Geht's doch nicht. Ach, komm. Ich hab gedacht, ich drehe jetzt das scheiß Spiel noch. Nicht bei so einem Vorden hier. Ehrlich, den kann man nicht halten. So, jetzt sieht's schon mal anders aus. Akle Dico wäre immer noch raus. 2-0 raus? Ne, 4-2. Ja, komm. Er ist heute viel gelaufen, wirkt müde. Jetzt muss ich, jetzt muss ich auf der Talenangriff gehen, ey. Abseits. Scheiß Morata, Alter. Alter, Schiri, die Haare. Er ist doch eigentlich ein anderes Emmert. Und da, ne. Jetzt wären sie raus. Ne. Ne. Ne, also. Ne, jetzt wäre er wohl immer noch weiter. Ich muss schießen. Komm, komm, komm. Das Ding ist durch. Aber hat Lady Go halt gekämpft. Er hat recht zu machen. Stellt's noch 3 Ohm raus. Okay, es sind 4 Minuten. Tor! 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 Ja. Jetzt ist es nicht durch. Da macht sie noch ein Tor, aber am Resultat wird das nichts mehr großartig ändern. Ne, dazu sind sie zudeutig unterlegt. Werdet die Spiel verlieren. Oh. Ich dachte, ich komme jetzt noch durch und mache das vierte. Das war's. Scheiße. Also, es wäre halt weiter im Finale quasi.